Hallo Leute! Ja, wir wollten in dieser Runde schauen, wie die Städte gewachsen sind und wo wir noch was machen müssen und so weiter und so fort. Da würde ich sagen, wir waren ja hier unten bei zwei Brücken. Jetzt gehen wir nach Bayreuth, gucken mal, ob Bayreuth größer ist und dann werden wir schauen, dass wir noch zusätzliche Haltestellen machen. Alles nach dem Intro! Ja, jetzt sind wir hier bei Willig, Bayreuth war nix, hier ist noch ein Häuschenloch dazugekommen, ist aber schon abgedeckt. Das heißt, wir gehen hier weiter rüber nach Bünde. In Bünde gibt es ein Häuschen mehr, ist aber auch abgedeckt. Und wie sieht es hier in Ettling aus? Da ist ein Häuschen hier gekommen, aber ist abgedeckt. Ich würde sagen, wir gehen mal hier auf die Karte, springen dann da rüber und hier ist noch nichts. Dann gehen wir nach Schwandorf. Schwandorf ist auch noch nix zugekommen. Lippstadt. Lippstadt wächst auch nicht oder es wird leichter bewachsen, aber hat noch keine Auswirkungen. Erlangen hat auch noch keine Auswirkungen. Bei Erlangen stehen doch immer Leute. An der Burg wollen sie doch alle hin, oder? Ah, diesmal steht da keiner mehr an der Burg, aber hier sind sie bestimmt drin. Und da sind zwei drin, ok. Ist aber noch nicht. Wenn enden, wächst auch nicht. Friedrichsdorf passiert auch nichts. Bad Mergentheim. Ja, passiert was, aber noch nicht außerhalb des Bereiches. Hier ist schon ein Stück Straße mehr, das wächst auch, das ist auch gut. Achem, Neubrandenburg. Ja, da gibt es auch größere Vergrößerungen. Hier zum Beispiel, aber nix im Einzugsgebiet zur Zeit. Oh, hier Köln haben wir. Köln, müssen wir was ausbauen. Hier ist die Bushaltestelle. Das bedeutet, einmal das, einmal das. So, 1, 2, 1, 2. Dann müsste sie hier sein, ne? So passt es. Dann reißen wir das Stückchen Straße da drunter ab. Und dann können wir da die Bushaltestelle hinsetzen. So, abgedeckt. Und dann gibt es hier tatsächlich jetzt einen Stadtbus, ne? Das Fahrzeugdepot war hier, oder? Ja. Und dafür brauchen wir einen Gespann, welches schnell unterwegs ist. Mit einer schnellen Kutsche. Und das brauchen einen neuen Fahrplan. Das nennt sich hier Stadtbus Köln. Haben wir richtig, ja. Gehen wir mal wieder nach Köln. Und fahren von hier nach da. Und dann ist das fertig. Und können hier starten. So, ein bisschen weiter, wie ich anreise. Dann ist das auch erledigt. Dann gehen wir nach Jena. Jena hat ein Häuschen da, aber passt noch. Königsbrunnen. Hat zwei, ne, doch zwei Häuschen. Hier und da passt. Gütersloh. Hat auch ein Häuschen, ist aber auch noch abgedeckt. Lüneburg. Auch ein Häuschen, ist auch abgedeckt. Hat zwischen Ahrn haben wir dann noch. Da wird nichts los. Doch, ist tatsächlich auch ein Häuschen daneben. Sind zwei sogar. Schau an. Da hätte ich nie mit gerechnet. Und ja, zwei Brücken waren wir zuletzt. Da ist ja schon alles tutti. Tante Mimi hatte mir übrigens geschrieben, dass ich vielleicht nicht zwei Züge so setzen sollte, sondern einen dran hänge. Habe ich auch überlegt drüber. Und bin der Meinung, dass wir vielleicht beim nächsten Zug das erst machen wollen. Obwohl ich dann auch wieder gedacht habe, der nächste Zug, der da wahrscheinlich, ja, keine Ahnung wann kommt, wird dann schwierig, ne. Da müssen wir mal schauen. Warte mal, wenn wir doch hier, ne, Gucci ist nicht. Lockschuppen wäre es. Nächster Zug, ja, dann gibt es jetzt noch nicht. Ist immer noch das. Alle zeigen, ne. Veraltete, ne. Wir brauchen ja Neuere noch. Bin mir da nicht sicher, wann die kommen. Ich habe 1854 in Erinnerung, aber wir sind bei 1837. Es wird ja noch ewig dauern. Aber das ist dann halt so. Er wartet auf freie Strecke, und er wartet wahrscheinlich auch auf freie Strecke. Und er wartet auch auf freie Strecke. Okay, wir haben hier was erweitert, was keinen Sinn macht. Dann wollen wir mal schnell schauen, dass wir die Erweiterung hier mal nochmal verbessert umsetzen. So geht's vielleicht, ne, oder? Ja, so ist er richtig, oder? Oder habe ich den jetzt falsch gesetzt? Ne, so ist er richtig, oder? Jetzt müsste er aber eigentlich auch fahren, ne? Warum fährt der jetzt nicht? Gute Frage, ne? Der müsste jetzt hier stehen bleiben, oder? Na ja, er bleibt stehen, aber er wartet auf wen? Und wer wartet da? Er hat bis dahin reserviert, er hat bis dahin reserviert. Er kann da nicht raus? Warum kann er da nicht raus? Könnte doch hier lang fahren, oder? Warum fährt dieser Zug jetzt nicht? Ah, jetzt fährt er. Okay, er hat das geschnallt. Ja, dann fährt er da lang, dann ist es gut. Da musste er ausweichen. Hier stehen noch 16 Passagiere. Krass, dann müsste der ja voll sein, oder? Ist er aber nicht. Also, die können natürlich auch weiter, ne? Ne, oder? Ne, die fahren nicht mit Kutsche hier weiter. Ne, eigentlich nicht. Neu Wandelbuck, naja, die sind neu generiert. Er fährt, er fährt. Und der wartet jetzt immer noch auf freie Strecke. Ah, das wird kompliziert, weil jetzt drei Züge hier hinten sind. Beziehungsweise kompliziert wird es jetzt natürlich nicht, weil wir jetzt da dran arbeiten. Kann nur so gehen dann, oder? Weil wenn er jetzt... Ne, doch, das würde doch auch ohne diesen Dingen funktionieren. Können wir mal grad testen, ne? Dann machen wir das wieder weg. Weil er wird ja jetzt noch vorfahren. Und er kann zwar nicht weiterfahren, aber er kann weiterfahren. Und dann wird es klappen. Weil wenn er hier ist, fährt der ja auch weiter. Und dann kann er weiterkommen. Sollte so funktionieren, oder? Er ist vom Gleis. Jetzt müsste er fahren. Macht er auch. Und jetzt wird er gleich fahren. Sobald er mit dem Signal ist, ne? Ja. Das sieht gut aus. Gut, okay. Wir haben das geklärt. Das funktioniert hier wieder. Die fahren alle schön brav. Da sieht es kompliziert irgendwie aus. Ist aber gar nicht so, ne? Sieben Passagiere wollen nach Gütersloh. Das ist schon mal gut. Stehen schon wieder welche hier. Nein. Wir bestehen denn hier von Gütersloh nach zwei. Über Zwischenahnen. Über Zwischenahnen, ja. Sechser. Okay. Und dann sind wir noch über Neubrandenburg. Rathauswoll 59. Also hier oben ist ein bisschen mager. Weil hier wieder irgendwas nicht passt, wahr? Warte auf freie Strecke. Warte auf freie Strecke. Warten alle auf freie Strecke. Das ist nicht gut. Das hier passt irgendwie nicht. Das passt irgendwie nicht. Wir müssen mal was ändern. Aber wie am intelligentesten. Schütten wir hier auf? Oder schütten wir da auf? Ich glaube wir schütten da auf. Und da müssen wir so eine Schräge machen. Okay, das war die falsche Schräge. Die halbe ist es. So passt's. Dann müssen wir hier einen zweiten Bahnhof hinbasteln. Das hat anders keinen Sinn. Und... So geht's jetzt. Und jetzt müssen wir nur überlegen, was Sinn macht. Der fährt jetzt wie? Neubrandenburg-Rathaus. Ne, das ist nicht der Zug. Acham, Bad Mergetheim. Die wollen da hoch. Okay. Der kann jetzt nicht da hoch, weil hier schon so viele sind. Und der fährt nicht weiter, weil da auch schon wieder einer steht? Oder was? Tatsächlich. Hier gibt's keine weitere Ausweiche. Da müssen wir uns drum kümmern. Also hat gar nichts da unten mit zu tun gehabt, sondern hier oben mit. Gut. Signal da hin. Signal da hin. Jetzt müsste es wieder laufen, oder? Jetzt wäre der. Und der müsste auch eigentlich fahren. Ja, da müssen wir mal grad gucken. Wie war das letztes Mal? Da musste ich hier auf eine Lupe und dann hat er es geschnallt, oder? Hm. Und er schnallt es erst, wenn er da ist. Kann sein. Das liegt jetzt definitiv daran, dass ich das neu gebaut habe. Dass das noch nicht sofort funktioniert. Ich glaube, wenn der da ankommt, dann schnallt das und dann fährt der. Hm. Jetzt hat das. Da muss die erste rein, als das geht. Denn jetzt müsste der ja wegfahren. Ja, und hier müssen wir aber trotzdem schauen. Diese, die müssen einfach in den anderen Bahnhof reinfahren. Macht so keinen Sinn. Fahrplan. Neubrandenburg. Einfügen. Den. Und den schmeißen wir dafür weg. Und da müssen wir mal gucken, ob das jetzt klappt. Fährt der schon da oben rein? Weiß ich nicht. Naja, nimmt noch den anderen halt. Jetzt ist dann die Frage, ob er da natürlich noch welche raussetzt oder nicht. Das sehen wir jetzt aber gerade. Er entlägt. Doch, er entlädt noch. Passt schon noch. Und lädt dann auch, ne. Macht er auch. 25 nur. Da hat das funktioniert. Da unten steht schon wieder einer. der bleibt da stehen, bis er durchfährt hat 25 Passagiere und fährt jetzt als nächstes nach Köln, okay da kommt von oben einer, das passt erstmal, sieht erstmal ganz gut aus, würde ich sagen, oder? der fährt jetzt vorbei, das heißt der wird wahrscheinlich jetzt da schon hinfahren, oder? nee, macht er nicht weil der da steht okay, da fahren sie, das heißt der wird auch gleich fahren und der fährt doch noch da rein, okay wer hat es denn geschnallt, dass er dann nee, habe ich irgendwas falsch gemacht irgendwas passt am Fahrplan nicht wie krieg ich das denn jetzt hier hin? der Stopp ist da, das passt schon ah, hier unten ist noch einer das bedeutet, das ist der Stopp das bedeutet, da muss ich nee, da kann ich einfach einen hinzufügen machen den und schmeiß den raus und jetzt ist das der richtige Stopp vom Gütesloh, ja genau, da war das Problem zu suchen so, jetzt müssten sie aber auf der anderen Seite fahren, oder? ja, okay, der vielleicht noch nicht, aber der nächste, der da kommen wird ja da kommt auch, ist auch klar, der wird da auch reinfahren ja, sehr schön und wenn jetzt von hier noch einer kommen würde was natürlich nicht so ist weil hier jetzt gerade keine sind die ja da gestockt haben hier sind drei Passagiere dran, sieht aber auch noch ganz gut alles aus und was macht er hier? er hat 37 Passagiere, ist auch gut ja, müssen wir weiter gucken, ne? wie es wird gut, würde ich aber erst sagen soll für die Folge reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo habt, macht eins falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an, kriegt damit wir jetzt das nächste Video hochlade gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf einer Kanal teilen sehen uns in der nächsten Folge bis dann, ciao